Crash hat Langeweile und spielt schon wieder mit seinem Jojo und ja, jetzt muss er vor allem erstmal diesen Rekord hier brechen und hier einfach mal eine 35er Zeit raushauen, ob er das schafft. Hier bei Crash Bandicoot 3 Warped mit der Platin Challenge. Ganz genau. Ich hatte Angst, dass die Leute jetzt denken, das wäre der erste Teil, aber nee, es ist Warped. Und wo ich gerade so das Wort Jojo höre, da komme ich schon wieder von Crash-Tech Team Racing. Der Spruch von Stu war es, glaube ich, in den Kopf. Ja, ja, Aktivierungscheide, löst du mit deinem Bauchklatscher aus? Von wem? Von Stu bei Crash-Tech Team Racing. Stu? Einer von den beiden Moderatoren. Ach Gott, ach, bei denen weiß ich ja gar nicht den Namen, Alter. Der sehr dauernd seine Frisuren wechselt. Ich dachte mir auch nicht, dass sie das Zeugner sind. Werde ich mir schon nochmal replayen, mal schauen. Er ist ja mittlerweile schon ne Weine her, ne? Scheiße. Ich glaube, wann war das? 2014? September 13 müsste es gewesen sein. Oder? Ja, doch, September 13 war das, weil danach habe ich Crash 1 gespielt, das war dann im Januar 14 zu Ende. Danach habe ich Crash Bash gespielt, danach habe ich dann Titans und Crash der Motanten gespielt. Und dann habe ich auch wieder so im Herbst 2014 angefangen mit den mobilen Teilen. Und ich kann jetzt nicht mehr, ach, jetzt muss ich ins Menü gehen, weil ich jetzt die Uhr nicht mehr eingesammelt habe. Ich honk. Oh Mann. Aber ich glaube, Hockerite dürfte eigentlich ziemlich gut laufen, relativ. Joa, denke ich auch. Weil es ja allen Mann allen... Boah. Wir entsprechen, wir entsprechen. Alles in allem eigentlich ein recht geschmeidiger Level. Ist ja auch nicht so lang eigentlich. Ja gut, das heißt nichts im Orient Express. Ich wollte gerade sagen, bisher lief es ja recht gut, aber wir haben ja bisher nur einen Platten. Ja. So gut lief es dann auch nicht. Es gab noch nicht so viel, was wirklich gut laufen musste. Aber ich glaube, es hat nicht so lange gedauert wie Under Pressure und Orient Express. Das kann ich jetzt gerade so vom Gefühl da gar nicht sagen. Oh, die hat er noch gewischt, das ist sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich tun, was soll ich tun? Klappe da ein. Oh. Scheiß Elvis, was schnitt da. Der Sack. Scheiß Elvis, schnitt. Ey, stimmt. Das finde ich auch so. Ich meine, sind das eigentlich die Typen, die da drin sitzen, oder? Wie jetzt? Haben die wirklich so eine Frisur, oder was ist das überhaupt? Ja, das ist ihre Frisur, ja. Ich weiß nicht mehr, ich dachte irgendwie immer, ich kann es gar nicht beschreiben, als wäre es so ein Taxi oder sowas, was da oben irgendein Ding drauf hat. Ich habe mir die eigentlich noch nie so genau angeguckt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es die Typen drin sein könnten. Da kannst du mal sehen, ne? Ja, alter. Muss ich jetzt nochmal drauf achten. Ja, tatsächlich. Wenn du mich sahen, die wagen einfach immer nur scheiße aus. Ich finde auch sehr interessant, wie die Autos aussehen. Also so mit den Flammen, das finde ich ganz nett, aber... Allgemein sind mir die Autos zu klobig. Da würde ich lieber mit dem Polizeiauto fahren. Oh, Mann! Kann ja auch nicht wahr sein. 21 Prozent. Will ich da mal angefangen? Keine Ahnung. Ich glaube, mit 13 oder so. Na, siehst du mal wieder viel die Kristallnäden in Scheine bringen. Na, nein, das ist schon wieder. Ah, komm, nein. Na, nein. Na, nein. Super. Haštöcker schlank, Bauch für Spielkletter. Ich guck mal, bitte. Ich guck mal, na. Verbleibende Zeit für Aufnahme. 510 Stunden und 0 Minuten. Hey. Super. Also wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Ja, die werden wir auch brauchen, würde ich leider sagen. Na gut, aber wenn ich mal bei dir so gucke, das sind bei dir einfach mal doppelt so viele. Du hast 1080 Stunden und 27 Minuten. Ah, okay. Dafür aber auch ein bisschen mehr Festplattenplatz. Festplattenplatz. Festplattenkapazität. Richtig. Um sich mal gewillt auszudrücken. Aber mal ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Wüste gesehen, wo so viele Kakteen nebeneinander stehen. Ich dachte jetzt schon, du wolltest Kaktusen waren. Oder Kaktusen. Nee, nee. Ich gehe Gymnasium, Alter. Alter, das wundert mich echt. Ich meine, ich stehe nicht auch eigentlich so ein bisschen in der Wüste für Einsamkeit oder sowas? Genauso wie diese Wüstengräser oder diese Steppenläufer? Ja, stimmt. Die ja immer, wenn so in einsamen Zähnen, wo die dann so vorbeirunnen. Irgendwie steht der Kaktus für mich auch so ein bisschen dafür. Ich weiß nicht. Es ist grotesk. Was ist da im Hintergrund eigentlich? Der ist mir auch noch nie aufgefallen. Das ist so Canyon-mäßig, ne? Das sieht sehr interessant aus. Aber ich muss mich jetzt vor allem auf die Strecke konzentrieren. Nicht so viele in den Canyon gucken, mein Gott. Das war ein Trick. Vor allem irgendwie erinnert mich das gerade, wenn ich das so sehe an die Außenseite, wo sie dann in irgendeinem Video, wo sie dann Kommentare beantwortet hatten, in dem Stand so. Das heißt Plakteen und nicht Kaktusen. Was sagen die? Die haben dich gemeint. Vor allem, wieso machen die hier überhaupt irgendwelche Schilder hin? Ein auf irgendwer beachtet die. Nein! Komm, 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 komm! Oh! Scheiße! Aber war gar nicht mal so bescheiden. Ah, da muss aber trotzdem eine Menge passieren. Maybe. 35, 08 war da glaube ich, oder? Oder was war da hinten? Ich glaube ja. Bin mir aber nie sicher. Auf jeden Fall irgendwas mit 35. Jetzt weiß ich. Dann müssen wir gleich mal nachbekommen, wenn die Ampel nochmal kommt. Die kommt doch mal, keine Sorge. Jetzt ist es schon mal soweit. Ähm. 0,4. 0,4. Müssen wir noch schneller sein. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt nur 0,7 Zeit gehabt. Nein, 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 nicht schon wieder. Mann. Nicht wahr. Eigentlich kann man da ja dann auch die gute Start Select Combo benutzen. Ach, was? Aber man ist es bei Crash 2 und 3 nicht so gebohnt. Eben. Naja. Fängt bei Crash 1, wenn ich denn da nochmal von vorne anfangen muss. Mit dem Level, dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich den X-Town gesmasht habe. Und dann kam noch nicht mal das Inselbild, sondern direkt dann einfach nur der andere Level. Aber. Was sind das eigentlich für Masten? Strom-Masten? Masten, oder? Ja, ne? Sind ein bisschen so aus. Wenn ja, dann fehlen irgendwie die Kabel dazwischen. Ja, da fehlen die Leitungen. Und ein bisschen schief sind, stehen die auch. Oh, oh ne. Oh, Mann. Ich finde auch, das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Dieses kleine Standbild, was man mal kurz hat. Wenn man auf neu anfangen geht. Habe ich noch nie drauf geöffnet. Ist ja auch nicht so oft vorgekommen, dass wir neu starten mussten. Nein, nein. Das habe ich zum Beispiel früher einfach gerne gemacht, wenn ich irgendwie einen Bauchklatscher gemacht habe. Oder so. Das sah dann immer so schön doof aus. Oh, sogar noch mal mischt. Mit dem Wind. Ich habe aus Spaß mal bei meinen, äh... Oh, ja, 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 ja. Oh, na, nein. Alter, schön. Das war so knapp, Mann. Aber man kann es noch versuchen. Vielleicht wird es noch mal. Ich versuche es dann noch, aber... Ich habe jetzt kein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall habe ich das bei... Mein Crash 1 Replay-Dinger-Videos mal gemacht. Alles zwischen dem angehalten. Wenn Crash zum Beispiel so gefreut hat oder so. Da kamen schon lustige Standbilder raus, muss ich sagen. Ja, super. Da sind auch schon drüber. Zum Beispiel hier, wenn er seine Rumpafrüstung schmeißt oder so. Und auch bei Crash 2 habe ich es auch mal gemacht. Wenn er halt nach vorne kommt, ne? Mhm. Dann so, hallo, ne? Da habe ich auch mal ein Standbild gemacht. Da sieht er sehr wütend aus. Ja, vor allem das sieht, wenn man ihn halt von der Seite so guckt. Und wenn er dann so nach links und rechts guckt, wie er es ja auch bei Crash 1 immer gemacht hat. Das sieht dann voll merkwürdig aus. Und einmal bei dieser Drehung, wenn er hier so einen Perfekt hat, sieht er aus, als würdet ihr irgendwie ihn verfolgen. Ich kann euch die Bilder ja vielleicht jetzt mal hier reinfügen, wenn ich dran denke. Hier passiert gerade sowieso nichts im Roadcrash. Äh, Hawk Ride, mein Gott. Ist ja nicht, ist kein Roadcrash. Komm, erst später. Nein, wieso hat der jetzt sich, komm schon, wieso hat der jetzt sich mitgenommen? Und jetzt schaue ich das bestimmt, ne? Ist, hm, ist klar. Ja, vor allem bin ich schon voll von grün. Da auch noch die Sekunde übersehen, ja gut. Ich glaube, ich kann es trotzdem jetzt vergessen. Auch wenn es jetzt ganz geil ist, so. Ohne die drei Sekunden ist das, glaube ich, nicht möglich. Macht es nicht, wird es noch? Ne, schauen. Oh, man klickt trotzdem noch ins. Ja, oder, ja stimmt, ich wäre es jetzt zu rote gefallen. Ja, eben. Das wäre bitte, wenn ich dann kurz vor dem Ziel wirklich runterfallen würde, in einer guten Zeit. Hm. Aber recht. Ich weiß nicht, früher wäre nicht irgendwie total aus Frumlage gefallen. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, da habe ich das Turbofeld einfach nicht mitgenommen. Das ist mir früher auch bei Roadcrash voll oft passiert. Und bei Area 51. Ah, Area 51. Ich würde da die Geräusche von den Ufos irgendwie wissen. Ja, die sind cool. Aber die Ufos selber sind einfach nur scheiße. Ob da wohl auch so eine Elvis-Köpfe drin sitzen? Haben gar keinen Platz da drin. Ja, stimmt. Vielleicht deren Kinder. Also wie die Fahne eher Kokos. Fünf, dann auch so, das ist schon toll. Och, überall. Zeit, aber doch. Och, woanders. Jo, stimmt auch nicht. Ich weiß noch, wie der eine Typ, der eine Händler am Bahnhof vor der Matrix, vor Matrix da hier in Berlin einfach mal sein Geschäftslebens gemacht hat mit uns. Wo die ganze Klasse hat, bei dem nach Matrix Wasser gekauft hat. Weil es halt einfach so stickig war. Wie viele der einfach mal gewonnen hat. Die haben auch wieder irgendwie drei Euro gefasst oder so. Ich glaube aber nur 0,5 oder so. Naja. Vor allem bei Energy Drinks, ey, übertreibt das Red Bull, finde ich ganz schön. Wenn man überlegt, ey, zahlst du denn 1,99 für eine 250ml-Dose? Krass. Und teilweise kriegst du zum Beispiel bei Monster für 99 Cent eine 500ml-Dose. Und das schmeckt und tut es auch. Kann ich wahrscheinlich habe, ich habe nie Energy Drinks gelungen. Reiz mich irgendwie nicht. Ich trinkt die meistens dann irgendwie an Tagen nur Leistungsdienst. Und Sturz durchschalten. Na, schon. Vor allen Dingen, wenn ich dann mal gerade Fuscht von Arbeit komme. Allerdings vom Anfang, das war nicht schlecht, aber bringt mir nichts ohne die Scheiße, die Kunden. So, geh, jetzt sind noch zwei Sekunden, aber. Ich glaube, das kann man trotzdem an den Nagel hängen. Mann. Scheiße. Hättest du den Tumor noch durchziehen können, wäre es, glaube ich, noch was zu lesen. Was werden können. Ach Gott. Nein, ja, ja. Oh, okay. Ja, trotzdem nichts. Ganz knapp nur eine 37er. Apropos Kragnos, Arbeit, da habe ich auch noch was Interessantes zu erzählen. Lustig ist es eigentlich nicht, es ist eher schockierend. Nämlich war da eine in der Psychiatrie. Und die hatte eine Kanüle drinnen, die man sehr irgendwie für Infusionen und so braucht. Die Kanüle hat sie dann in der Blutvene dauernd hin und her gedreht. Bis dann irgendwann ein ziemlich fettes Loch im Arm entstand und sie im ganzen Zimmer ausgeblutet ist. Da hatte... Ach, Scheiße. Da hatte dann auch die Putzfrau keinen Bock drauf. Die hat geheult, weil sie so schockiert war. Kann ich aber auch verstehen. Und dann hat es einer meiner Kollegen sauber gemacht. Ah, ekelhaftes Bild. Um ehrlich zu sein, ich fände es irgendwie interessant. Ich hätte es, um ehrlich zu sein, gerne gesehen. Ich hätte es gerne gesehen, wie die denn so psychisch krank an ihrem Ding rumfummelt oder da. Nee, wie das Zimmer aussieht. Das klingt wie so ein Horrorfilm, wie die das macht. Aber echt? Ich weiß nicht so. Sie haben mich gerade irgendwie angesetzt der Rache. Ich weiß nicht. Vielleicht kennst du den. Den haben wir damals in Filo, haben wir den geguckt. Oh. Und damals kam der jetzt nochmal hier. Vor, keine Ahnung. Ein Monat? Weiß ich gar nicht. Da habe ich den zum ersten Mal zu Ende geguckt, weil in Filo bin ich eingeschlafen. Weil, ne. Die Filolehrerin ist meine Deutschlehrerin. Und wenn die dann jede 10 Minuten den Film anhält von wegen, ja, was ist denn jetzt mit dem passiert? Dann denkt man sich so, ja, wecken sie mich nicht. Im Nachhinein habe ich es dann bereut, weil der Film echt geil ist. Mhm. Ich hatte mir ihn zweimal angeguckt insgesamt. Und beim ersten Mal, da habe ich ihn am Anfang verpasst. Da wusste ich nicht, was zu Anfang schon war. Und ich habe dann einfach die Person gar nicht gecheckt. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der Typ, der dann den Typen massakriert, der Typ ist, der am Anfang dann überfallen wurde. Das habe ich nicht gepeilt. Und deswegen war die Storyline für mich genauso scheiße. Ja, vor allen Dingen gab es ja dann auch die Szene, wo er sich da irgendein Steak bestellt. Und dann mit dem Knochen seinen Zellenbewohner, Mitbewohner absticht. Äh, wer aufs einige krank ist, hier. Nö. Ich fände so geil. Die Lehrerin hat tausendmal nachgefragt, ob da auch wirklich ab 12 ist und nicht ab 16 oder so. Und weil den konnten dann nicht alle gucken und so. Und die, die das vorgeschlagen hat, hat die ganze Zeit beteuert, ja, das ist ab 12 und so. Das können, kann jeder sehen. Vor dem Jahr hatten wir halt eine, ich meine, ich war 16 zum Beispiel. Dann war halt eine in der Klasse, die, ähm, oder im Kurs besser gesagt, die war halt, die hat glaube ich irgendwann mal übersprungen eine. Und deswegen war die halt erst 15. Das war dann ein bisschen kacke. Und, äh, deswegen hat die noch halt mega rumgeheult von wegen, als dann da Blutzehen kamen und so. Und ein paar Mädchen haben da noch rumgeschrien und so, das war schon, das war schon witzig. Finde ich ja eine Erholung, wie das die da war. Und, äh, du findest ja eigentlich auch 16, aber ist ja eigentlich. Ja, aber sonst hätten wir halt nie geguckt, ne. Hm. Sonst hätten wir, glaube ich, Wall-E oder sowas, stand nach der Auswahl, hätten wir geguckt. Wobei wir aber in der Schule teilweise schon in der siebten, wo wir alle so 12, 13 waren, da haben wir auch schon Sachen ab 16 geguckt. Ich glaube, wir haben sogar mal in der fünften oder sechsten Buch gelesen, oder ab 16. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das steht hier, glaube ich, sogar noch rum. Ähm. Müß ich da mal gucken, oder? Äh, das hieß, Nass. Ambers, äh, ging, ging's auch um irgendwelche, da ging's um eine, die die Zahl, die Todesdaten von den anderen Leuten über den Köpfen sehen können. Und das war auch schon ziemlich brutal und so, also, und da kam eine Sexszene vor und sonst was, also. Hm. Da hatten wir auch mal, danach unsere Lehrerin gefragt, ja, war das überhaupt unser Altersentsprechend? Und die, na, ist doch egal. Ist doch nur eine Altersempfehlung bei Büchern. Äh, ja. Naja. Naja. Aber das Buch war geil. Wollte schon sein. Ich glaube, einmal, da haben wir so was Zauge geguckt. In einer Stunde. Ähm. Und der ist ja, wie man schon wissen, äh, 80. Hier, Dingo's Dinner, hast du gesehen? Ganz links. Ja, stimmt. Ach, das ist das mit dem 5 Dollar. Ach, das ist ja immer versteckt, ey. Ja, jetzt wissen wir nur nicht, wo Tiny ist, ne? Die wollen einen Verhohle-People. Wahrscheinlich, äh, äh, Tiny Dinner oder irgendwie sowas. Das perfekte Tiny Dinner. Für 10 Cent oder Penny, so oder? Was weiß ich denn da, schon wieder total verkackt hier. Ah, lohnt sich das hier überhaupt noch eigentlich nicht. Ich würde sagen, äh, dann verschieben wir auf den nächsten Part und bis denn. Tschüss. Tschau.